Meine erste 2-Kilo-Pender-Beibestellung. Die Sachen haben 40 Euro gekostet und der Versand nach Deutschland hat 45 Euro gekostet. Es dauerte 25 Tage, bis mein Paket ankam. Ich habe mir TNs Einser in Schwarz geholt und eine Gucci-Cappy mit Löwen. Die Verpackung der Gucci-Cappy ist hochqualikativ und sieht sehr gut aus. Die Cappy hat auch eine sehr gute Qualität, jedoch kann man leider nicht die Größe verstellen. Sie schaut der originalen Cappy sehr ähnlich und lohnt sich auf jeden Fall für nicht einmal 20 Euro. Die TNs haben eine sehr, sehr gute Qualität und die Reflektoren vorne am Schuh funktionieren auch. Es ist jedoch sehr wichtig, dass ihr zwei Größen größer nimmt. Da sie sehr klein ausfallen. Ich bin positiv überrascht über die Qualität und den guten Service von PandaBuy und werde bald wieder etwas bestellen.